Ich weiß echt nicht, was der Grund dafür ist, aber die Leute wollen immer eine Controller-Channel sehen. Deswegen würde ich sagen, let's fucking go. Ich komme ja von der Xbox, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ungefähr 2-3 Jahre nicht mehr mit dem Controller gezockt. Also mit dem Xbox-Controller. Deswegen würde ich sagen, unaufgewärmt hier rein entrankt. Ja, das kann was werden. Young man, there's no need to get down, I said young man. Oh shit motherfucker! Ich weiß halt nicht, wie ich mit meinen Teammates drehen soll. Mein Push-to-Talk-Knob ist auf der Maus. Oh nein, ich bin wieder im Team-Park. Ah, fühlt ihr das aus? Welchen Operator spiele ich denn dann? Soll ich Bug spielen? Weil Bug hat heftig den Recoil? Was machen die? Wo machen die Teammates? Die gehen einfach rein und killen jeden. What the fuck? Wie soll ich den Recoil da kontrollieren? What are you aiming at? Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Das sind Deutsche. Die werden mich gleich so shit-talken. Ich will auch nicht reden, vielleicht erkennen die meine Stimme. Kein Bock drauf. Was denkst du eigentlich, wer du bist, Leash, ne? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott! Also, meine vertikale Sense ist viel zu hoch, Alter. Viel, viel lower machen, Alter. Now we talking, bitch! Komm, ich wallbang den. Nein, 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 nein! Oh, ich hab ihn geworfenkt! Ich hab ihn gefickt! Oh mein Gott, Valkyrie get fucking wrecked, dog! Nice! Die armen ihn! Leute, ich werde jetzt spawnpicken mit dem Controller. Nope! Ah! Weg hier! Junge, hier hat niemand was über den Forst! Oh nein! Bitch! Bitch! Nein, bitte, Hibana! Lass mich doch einfach in Ruhe! Look, what are you doing? Hahahaha! I'm playing with Controller. Hahahaha! Shut up! One for your pills! One for your pills! Yeah, Pillar. I'm playing with Controller. Digger, ich spiel halt echt mit dem Controller. Was soll ich machen? Soll ich ihnen sagen, dass ich mit dem Controller spiel? Dann blamen die mich. Check the bomb. Oh! Ich hab keine Zeit! Nein! Äh, one is bottom white. Hehehe! Jäger! Jaaa! Gersh! I guess. Ey, Zinky! Hahaha! Junge, was ist... Digger, was ist mit dir? Ich brauch zwei Jäger-Teile, man. Ey, Zinky! Hehe! Ey, Jungs, ich mach ne Controller-Challenge. Tum mir leid. Ja, es ist halt echt nicht witzig. Ich mach... Er hat mich erkannt! Er hat mich einfach erkannt! What the fuck! Genau deswegen wollte ich nicht reden! Junge, ich push ihn einfach weg. Oh, ne? Fuck! Woah! Woah! Lösch du mich! Nein! Was hast du? Digga, links! Links! Tiki! 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 Das ist mein Lower Count. Nein! Was mach ich denn? Ich hab Merkels als Main! Hey, Yo! Ich muss gegen Diamond spielen! Mit nem fucking Controller! Hä? Hey Leute, ich glaub... Ich glaub, der Typ mit dem wir eben gezockt haben, der hat jetzt nen Twitter-Post gemacht. Meine Elo wird getrollt, weil sich Leute denken, ist ne gute Idee, Ranked mit Controller zu spielen. Tja, Taddeos. Wir zocken jetzt weiter mit Yannis, aka Fokuloko. Wird wahrscheinlich witzig. Er zockt auch mit nem Controller, by the way. Was machst du? Warum zockst du so? Ich weiß nicht. Ich konnte nicht anfassen. Er zockt einfach mit Handschuhen. Jetzt musst du aber auch Docks spielen gleich. Hallo, Motherfucker! Oh, ich bleib reingegangen, Yannis! Ich bin drin! Oh, du hast die Re-Cash hinten. Oh, du hast die Re-Cash hinten. Nein! Oh, Digga! 50 Cent! Mein Ame ist nicht der beste heute. Sorry. Wenn er wüsste. He doesn't know. Wir haben eine Bitch aufgekommen. Einen Controller. Ich glaub, er ist hier links. Was?! Er hat mir einen 1-Tip gegeben! Er pikt einfach. Nice shot. Er muss sich ducken. Er muss sich ducken. Ich stell mal Marvin an. Mit Marvel. Er zockt glaub ich Resident Evil mit Mods. Er hat diesen Chris. Hat er einfach so ein Babyface gegeben. Nein! Oben, Mann! Was macht er da? Der Wan! Sie haben schon gemerkt, dass wir mit Controller zocken? Keine Ahnung. Wer will es spielen? Du sagst, weil du Handschuhe an hast. Ich habe Gäste an. Glaubst. Von Flank. Nein! Nein! Ich habe sie! Ich habe sie! Da ist noch einer. Unten bei Breach. Bei der Tür rechts. What?! Mein Gott! Ist Messers tot? Ja. Ja. Vier ist tot. Nein! Ich wusste nicht, wie man das macht! Ich wusste nicht, wie man diese vier wirft! Ich muss mal 15 Leute beleiden. Ich glaube ich bin mal jeden. Beleidigen! Bleidigen! Die ficken Hurensöhne! Eins vor 15. Deswegen beleidigen alle online. Achso. Ja, das ist Battle Pass. Wo ist der so oben? Ich habe mich geworben! Ich habe ihn! Oh! Peek die Bitch einfach! Nein! Komm, hol ihn dir! Ach du Scheiße! 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 Nein! Ich habe ihn doch upgamed! Einer ist Pillar. Ich habe einen! Er hat einen T-Mack gekillt, weil ich ihn gekillt habe. Classroom. Und Main Door. Er hat es gemerkt, dass ich Kattola fühle. Ach du Scheiße! Komm, komm, komm! Ist doch gut! Zeigst du! Ja! Gewor... Junge! Wie nennen wir das? Ich habe mit Bande gespielt. Ja! Haha! Mit Bande! Hey! Er hat es getrinkt! Er hat es getrickt, der Bastard! Ui! Nein! Du Wichserkopf! In Armory drehen! Trash! Ich glaube, ich bin mal Glass. Ich weiß nicht, was so eine gute Idee ist. Haha! Das ist überhaupt keine gute Idee! Bum! 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 Glas! Dein Bum! Hahahaha! Löl! Löl! Oh! Oh! Ich weiß nicht, ob ich mal aufkommen. Ich hab ihn! Ich hab den Wichser! Mit Glas! Mein Gott, oh! Hahaha! Oh, kein Problem ist schlecht! Haha! Kein Wurf! Da ist aber einer! Ich safe! Ja! Da ist einer! Oh Mann! Ich hab mich was bekommen! Er ist low! Er ist richtig low! Ja! Ja! Und die letzte sind hier! Genau! Harry Potter! Harry Potter! Ja! 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 Mit fucking controller, Junge! Junge! Ich hab einen Schuss fest! Alter! Dass die Flasche nicht truffen war, war schon wunder! Hahaha! Wie das aussah, Junge! Oh nein! Oh nein! Oh Mann! 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 Kackelet? Ich weiß nicht! Noch eine Runde! Ich hab zwar jetzt einen Downrank gerade kassiert, aber... Ich weiß drauf! Eine geht noch! Oh, geht noch! Wir holen mal einen Binnen! Oh! 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 Das ist der Oop von eben! Der geshitlockt hat! Hast du das gemacht? Ich hab ihn gefickt! Ey! You bet! Don't play crazy! Alter! Er muss hier nicht verarscht vorkommen! Will das test? Nein! Nein! Wartier nach Bratucha! Er liegt schon wieder! Weil er nichts anderes kann! Er kann nichts anderes! Oh mein Gott! Hm! Und der eine hält n... Der eine guckt durch die Wand und der andere liegt, alter! Und der eine von uns darf kartschlich! Was ist das? What the fuck? Heeyah! 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 Oh! Ich hab ne Hatch gekillt! Fucking... Trash! Ist ich close oder weit weg? Oh nein! Als all! Good night! Heeyah! Oh Gott! Mit controller! Loser! Hi! Hallo da! Woah! No! Ich kann das nicht! Wo kommt denn hin? Was ist die dritte? Was ist die dritte? Wir planten einen, man! Wir planten einen, man! Wir planten einen, man! Was für ein Idiot! So kann man nicht! Iiiiii! Oh, Junge! Äh... Ich bin der Star-Close. Oh mein Gott! Was? Nice Schuss. Das war auch kein Nice-Fuss. Oh! Das ist ein Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus! Schade. Ich bin scheiße. Binkel hoch. Oh mein Gott. 4-4. Ich kann echt blenden eigentlich. Ja, wie? Oh mein Gott, wie kann ich das? Oh mein Gott. 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 4-4. Wenn die Claymoin killt, dann drehe ich aber durch. Ich hab gesagt... Oh. Oh. GG. Was? Was? Hacker-Typ? Nein, der Hacker nicht. Junge, wir haben die Controller-Challenge geschafft. Oh ja. Also mit einem Win. Also die haben es geschafft. Mal 2. Nein, die haben es geschafft, Junge. Wir haben wichtige Dinge geholt. Natürlich. Ja, das war sogar ein Upgrade in Platten 3. Marvin schafft das nicht mal so. Und wir schaffen es mit Controller-Platen 3 zu gucken. Marvin, was kannst du eigentlich? Bastard. Ich hab sogar meinen Latex-Handschuhen. Ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Willst du noch was sagen, Janis? Äh... Wie? Das wird nicht weggecutt. Nein, das wird nicht weggecutt. Verroren. Tschüss. Du hast das Wort Handschuhe unter den Kopf gehen lassen. Das sind einfach Schuhe für die Hände. Ja. Einfach ein Handschuh. Stell vor, du machst einfach deinen Schuh auf die Hand und hast einen Handschuh. Oh shit, Junge. Aber wenn man dann... Wenn man... Ey, warte mal. Wenn man dann die Handschuhe an den Fuß macht, sind das dann auch Schuhe dann? Du hast grad in meine Welt gefickt. Und warum sind das dann keine Fußschuhe, sondern Schuhe? Oh, das ist du crazy mother...